Lorenz Koller hat seine Karriere beendet. Die Sportmeldung des Tages auf michaelssportecke.at Somit ist das Erfolgsduo Stoi Koller, das für viele Erfolge im Doppelsitzerbewerb bei den Rodlern gesorgt hat, Geschichte. Stoi Koller konnten unter anderem 10 Weltcup-Siege feiern, den Weltcup-Gesamtsieg im Doppelsitzerbewerb holen, EM und WM-Medaillen einfahren und bei Olympia zur Bronzemedaille rodeln. Lorenz Koller beendet nun seine Karriere, um sich privat eine neue Karriere aufzubauen. Das heißt im Umkehrschluss, dass Thomas Stoi sich einen neuen Partner suchen muss und dieser ist bereits gefunden. Wolfgang Kindl wird nun den Doppelsitzer mit Lorenz Stoi bilden. Wolfgang Kindl will aber weiterhin auch im Einsitzer an den Start gehen. Somit wird es ab der nächsten Saison das Duo Kindl-Stoi geben.